Horoskop für heute, wieder, 6. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Das heutige Venus-Saturn-Treigen hat einen angenehm stabilisierenden Einfluss und könnte genau das sein, was Sie jetzt brauchen. Sie haben eine realistische Sicht auf Ihre Beziehungen, sich selbst und aktuelle Situationen, was Ihre Entscheidungsfähigkeit stärkt. Ihr Urteilsvermögen ist ausgezeichnet. Mit diesem Transit im Spiel kann ein strukturierter Ansatz erfolgreicher sein als sonst. Die Leute sind von Ihnen fasziniert und fühlen sich zu Ihnen hingezogen. Sie sind sanft motiviert, hauptsächlich, um ein Thema tiefer zu erforschen oder jemanden kennenzulernen. Jemand könnte Ihnen sein Vertrauen beweisen oder Ihnen ein Geheimnis anvertrauen. Dieser Transit betont Qualität vor Quantität sowohl in der materiellen als auch in der emotionalen Welt. Ein wunderbarer Tag für Ihre Beziehungen ist angebrochen. Venus, die natürliche Herrscherin über Liebe und Ehe am Himmel, wird Ihre goldene Hand über den Himmel nach Saturn ausstrecken. Das ist ein gutes Zeichen für eine Verbesserung der Beziehungen und für mehr Stabilität und Stärke. Wenn Sie derzeit gebunden sind, besprechen Sie langfristige Pläne, die Sie gemeinsam verwirklichen möchten oder wann Sie als Team die offiziellen nächsten Schritte unternehmen möchten. Wenn Sie Single sind und sich verabreden, wäre dies ein glückverheißendes Datum, um jemanden kennenzulernen, der etwas etablierter ist als Sie und der möglicherweise auch reifer ist. Diese Verbindung könnte zu einer Seelenverwandtschaft führen. Finanzielle Entscheidungen werden Sie heute beschäftigen. Sie denken vielleicht sehr gründlich darüber nach, wie Sie mit Ihren Finanzen umgehen wollen, wenn Venus im Skorpion ein Treigen zu Saturn im rückläufigen Sternbild Fische bildet. Eine wichtige finanzielle Entscheidung könnte Sie stark belasten, da Sie alles beeinflussen könnte, was Sie von nun an tun. Sie könnte Ihre langfristige wirtschaftliche Stabilität, Ihre Kreditwürdigkeit, Ihre Schulden und mehr beeinflussen. Wenn Sie die richtige Entscheidung treffen wollen, könnte es von Vorteil sein, mit jemandem zu sprechen, der älter und weiser ist. Finanzielle Gespräche sind nicht einfach, aber sie können hilfreich sein. Machen Sie sich verfügbar, um den größtmöglichen Nutzen aus den gesundheitlichen Möglichkeiten zu ziehen, die sich Ihnen bieten. Halten Sie Ausschau nach Einladungen zu Online-Gruppen, die sich mit ganzheitlichem Wohlbefinden befassen. Versuchen Sie, Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie die Anzahl der Aktivitäten, die sich positiv auf Ihre Gesundheit auswirken, schrittweise erhöhen können. Nichts in der Hand, nichts in der Tasche, alles im Kopf. Die Schwingungen des heutigen Tages werden Sie zu neuen Horizonten und dem Wunsch, zu entkommen, drängen. Aber bringen Sie nicht alles in Ihrem Leben durcheinander, sondern finden Sie das Selbstvertrauen, das Sie brauchen, um voranzukommen, ohne von irgendjemandem abhängig zu sein. Diese Schwingung ist Ihr intellektuell als materiell. Sie wird Sie dazu drängen, aus Ihrem Universum herauszukommen, um anders zu handeln und andere Menschen zu treffen, um neue Ideen und Fortschritte zu finden. Da der Mond nach dem gestrigen Neumond in Ihrem Beziehungssektor verbleibt, könnten Sie starke emotionale Reaktionen und einige gemischte Signale erleben. Die Interaktion des Mondes mit beiden Planeten im Widder könnte etwaige Ungleichgewichte zwischen persönlichen und Beziehungsbedürfnissen hervorheben, doch der Zeitpunkt ist günstig. Dies fällt mit Merkua, dem Planeten der Kommunikation, zusammen, der seine letzten zehn Tage in Ihrem Beziehungssektor betritt, während sich der Mond gleichzeitig mit Jupiter in Ihrem Kommunikationssektor verbindet. Gemeinsam können Sie auftretende Probleme effektiv ausdrücken. Der Mond befindet sich nach dem gestrigen Neumond nicht nur immer noch in Ihrem Beziehungssektor, sondern tut sich heute auch mit Jupiter zusammen, der sich nun in seinen letzten Tagen in direkter Bewegung in Ihrem Kommunikationssektor befindet. Tage vor einem freundlichen Aspekt zwischen Jupiter und Merkua, dem Planeten der Kommunikation in Ihrem Kommunikationssektor, beginnen die Götter der Kommunikation und der Beziehungen bereits zusammenzuarbeiten, gerade als sich die Gelegenheit bietet, eine neue Grenze zu ziehen. Täglicher Planetenüberblick Eine tief introspektive Energie beginnt sich auszubreiten, wenn der Mond in den Skorpion übergeht, ein Zeichen, in dem er sich sowohl intensiv kraftvoll als auch emotional aufgeladen anfühlt. Der Skorpionmond bringt eine erhöhte Sensibilität mit sich, eine Zeit, in der Gefühle nicht nur gefühlt, sondern gleichzeitig tief empfunden werden. Es kann eine Herausforderung sein, eine starke Emotion oder ein Bauchgefühl loszulassen, das Sie in eine bestimmte Richtung zieht. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie, wenn die Emotionen hochkochen, an Ort und Stelle zu verankern scheinen, was es schwierig macht, wegzugehen? Während dieser transformativen Lohnation wird sich der Ruf, sich zurückzuziehen und nachzudenken, wahrscheinlich unwiderstehlich anfühlen. Wenn Sie also den Drang verspüren, innezuhalten, nach innen zu tauchen, hören Sie darauf. Nehmen Sie sich diesen Moment, um zu entspannen, neue Kraft zu tanken und zu verarbeiten, was unter der Oberfläche brodelt. Heute, da die Energie zunimmt, möchte ich Sie ermutigen, tief durchzuatmen und sich daran zu erinnern, niemand versucht absichtlich, Sie zu provozieren. Wenn das Leben überwältigend erscheint, sind es oft nicht die äußeren Faktoren, die uns wirklich unter die Haut gehen, sondern der Stress, den wir in uns tragen. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sich eine kleine Frustration zehnmal größer anfühlen kann, wenn Sie bereits überfordert sind? Deshalb ist es heute so wichtig, sich selbst eine ruhige Auszeit zu gönnen, auch wenn es nur ein paar Minuten sind. Ob es ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft ist, tiefes Atmen oder einfach ein bisschen Abstand vom Trubel zu gewinnen, diese kleinen Akte der Selbstvorsorge werden Ihnen helfen, diese emotional aufgeladene Phase leichter zu überstehen. Manchmal ist ein wenig Raum alles, was wir brauchen, um die Dinge aus einer ruhigeren, klareren Perspektive zu sehen. Jetzt richten wir den Fokus auf Ihre Energie, denn heute fühlen Sie sich mehr als fähig, Sie fühlen sich getrieben. In Ihnen brodelt dieser starke Drang, sinnvolle Dinge in Gang zu setzen. Ob Sie ein neues Projekt beginnen, sich einer Leidenschaft widmen oder bei einem Ziel Fortschritte machen, Ihre Motivation läuft auf Hochtouren. Aber hier ist eine kleine Erinnerung, während Sie auf dieser Welle der Begeisterung reiten, denken Sie daran, wie viel Sie dabei von anderen verlangen. Waren Sie schon einmal so in Ihre Begeisterung vertieft, dass Sie die Wirkung Ihrer Wünsche auf Ihre Mitmenschen nicht bemerkt haben? Das passiert uns allen, besonders wenn wir uns mit großer Leidenschaft für etwas einsetzen. Die kosmische Stimmung von heute bietet einen sanften Anstoß, um ein Gleichgewicht zwischen der Verfolgung Ihrer Ambitionen und der Berücksichtigung der Bedürfnisse derjenigen zu finden, die an Ihrer Seite gehen. Indem Sie sich der Gefühle anderer bewusster werden und Ihre Grenzen respektieren, schaffen Sie eine Atmosphäre gegenseitiger Unterstützung. Und hier ist der Schlüssel, je mehr Sie anderen das Gefühl geben, eingeschlossen, geschätzt und respektiert zu sein, desto eher werden Sie bereit sein, Ihre Vision mitzutragen. Denken Sie darüber nach, waren Sie jemals motivierter, jemandem zu helfen, als Sie sich gesehen und geschätzt fühlten? Indem Sie dieselbe Energie fördern, stärken Sie nicht nur Ihre Beziehungen, sondern können Ihre Pläne auch auf viel harmonischere Weise in die Tat umsetzen. Natürlich kann es sein, dass Sie bei all dieser kommunikativen und treibenden Energie feststellen, dass die Dinge nicht ganz so schnell vorankommen, wie Sie gehofft haben. Vielleicht gibt es ein paar Hindernisse, oder Sie haben das Gefühl, dass Sie Ihren Zielen nicht so schnell näher kommen, wie Sie möchten. Aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Wir alle haben diese Tage, an denen es sich anfühlt, als würde das Universum auf die Pause-Taste drücken, aber das bedeutet nicht, dass Sie vom Kurs abgekommen sind. Manchmal sind diese Verlangsamungen tatsächlich versteckte Gelegenheiten Momente, die uns einladen, unseren Ansatz neu zu kalibrieren, zu überdenken und zu verfeinern. Wir alle haben das Gefühl, dass Sie sich anfühlt haben, dass Sie sich anfühlt haben, dass Sie sich anfühlt haben.